Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Warhammer Age of Sigmar Real War. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rein. Ich habe jetzt hier, freischalten, ich habe jetzt hier einen neuen Kometen bekommen. Und drei Stunden dauert der. Könnte ich mir eine Werbung anschauen. Gut, ähm, wir machen jetzt mal hier eine Schlacht und dann gucken wir mal, ob wir ein Match gewinnen können. So geil, dieses Spiel. Das hört mir so gut. Ich setze drei Höhlen auf der obersten Lane ein, um die Realme Gate-Huhen zum Leben zu erwecken. Hm, ich weiß, ich weiß. So, die Carrion Wildnis. So, Kampf. Und dann fangen wir gleich mal an mit dem. So. Ja, schauen wir mal, ob wir hier, was wir hier machen können. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Sollte... Jetzt kommen wir noch mit dem hier. Und dann... Ja, der hat verloren. Der hat verloren. Das Ding dürfte jetzt gleich gelaufen sein. So, den haben wir besiegt. Nochmal einen edlen Komet. Mhm. So, dann machen wir noch eine Schlacht. Vernichte den feindlichen General, um alle drei Siegpunkte zu gewinnen. Okay, das Spiel ist mega fett, ne, Leute? Das Spiel ist echt der Oberknüller. Das macht Hammerbock die Carrion-Mildnis. Gegen Pheonic. Na, das hat jetzt nicht funktioniert. Scheiße, 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 scheiße. Aber der ist gleich tot. So, jetzt gehen wir aber gleich mal die ganz harte Schiene. Jetzt kommen wir hier mit dem wieder, mit dem Chaos-Sergeant. Und jetzt wird's hart, mein Freund. Jetzt wird's hart für dich. Und jetzt wird's hart für dich. Es wird dir nicht helfen, Kollege. Es wird dir nicht helfen. Du hast jetzt gleich ein riesiges Problem. Was willst du denn dagegen machen, Kollege? So, jetzt ist ja schon mal das Schild weg. Und jetzt bist du gleich tot, Freund. Das ginge ratzfatz. Verdiene neun Siegpunkte. Das ging nicht wie schnell. 3 zu 0. Ein kühner Komet. So, 2 Menschen, das muss ich noch machen. Nicht jetzt. Also, ja, natürlich gefällt's mir. Es ist mega geil. Es ist richtig geil. Das haben wir schon nochmal. Okay, 5 Schlachten. Und ich besiege 50 feindliche Truppen. Ja, Leute, wie soll ich denn 50 feindliche Truppen besiegen, wenn die so schnell tot sind? Leute, 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 wie soll das funktionieren? Was habe ich jetzt abgebrochen? So, also, so. Noch 2 Matches. Tägliche Quests. Dann habe ich die wenigstens schon mal fertig. Vernichte den feindlichen General, um alle 3 Siegpunkte zu gewinnen. Komm, auf geht's, Leute. Carry in Wildnis. Ist das geil, echt. Dieses Ding ist mega krank. So, dann setzen wir den gleich schon mal unter Druck. Wir setzen ihn gleich unter Druck. Indem wir mit dem Großen hier rauskommen. Wir sind Trakothien! Wir sind Trakothien! So willst du mir kommen, okay? So willst du mir kommen. Vergiss es, mein Freund. Du bist schon immer tot. Oh, dieses Match hier allerdings ist ein bisschen intensiver, muss ich sagen. More Intense Match, als die davor. Jetzt komme ich wieder mit dem Großen. Das ist diesmal wirklich heftig, muss ich sagen. Es ist auch scheinbar, so wie es aussieht, ein chinesischer Spieler. Kollege, ich muss was machen. Einfach hier jetzt runterfallen. Sack und... Bäm! Da nochmal schnell draufgefallen. Leute, das geht so nicht. Das geht so gar nicht. Alter, Vater, was ein Intense Match. Was ein Intense Match. Das ist echt krass hier gerade. Alter, Vater. So, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt versucht er natürlich... Das kriegt er jetzt natürlich nicht mehr hin. Er hat es jetzt versucht. Oh. Ja! Ist ja geil. 1 zu 0, immerhin. Ich habe es gewonnen. Ich habe es gewonnen. Gegen den Typen. Weil ich seinen Tower Down bekommen habe. Habe ich wenigstens einen Punkt gemacht. So. Jetzt finden wir nur eine einzige Schlacht. Dann habe ich hier die tägliche Belohnung. Bonusbelohnung. Alles klar. Dann machen wir das doch gerade noch schnell. Eine Schlacht noch. 3 Minuten. Ist das Spiel geil. Ist das Spiel geil. Ist das Spiel geil. Alter, ist das geil. Hammer. Spiel über die... Das ist Hammer. Das Ding ist wirklich sensationell. Warhammer. Age of Sigma. Ream of War. Great Cadet. Okay. Dann würde ich sagen, dann fangen wir doch gleich mal an. Okay, der macht gleich richtig Druck hier. Der macht gleich richtig Druck. Aber gleich komme ich hier wieder mit meinem Sergeant da an. Und dann sieht die Sache schon ein klein wenig anders aus. Wenn der am Start ist. Nee, lass mir mal. Das sollte eigentlich auch so dann reichen. Alles platt gemacht. Sehr intensives Match. Sehr, sehr intensives Match. Muss ich echt sagen. Hammer. War ein sehr, sehr intensives Match diesmal. Oh mein Gott. Hier habe ich wenigstens eingefroren. Alter, was machst du da? Du spinnst wohl. Ich werde aber nicht dein Ernst sein jetzt hier. Ich glaube, dieses Match könnte sein, dass ich das diesmal verliere. Sieht echt diesmal nicht so gut aus für mich. Alter, das nervt. Diese komische Kanone nervt. Ich muss echt sagen, ey. Die Kanone nervt. Ohne Ende. Ich muss wenigstens jetzt in diesen zwölf Sekunden diesen blöden Turm da down kriegen. Jawohl. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich auch dieses Match noch gewonnen. Einfach überrannt jetzt. Jetzt habe ich ihn einfach nur noch überrannt. Schnell und zack und überrannt. Ja, da hilft dir diese Thunder X auch nicht mehr. Ich habe es 1 zu 0 gewonnen, Kollege. Das Ding habe ich gepackt. Also, hammer, hammer geiles Spiel. Mega nice. Abholen. Ähm. Abholen. Und das da können wir auch abholen. Was gab es dafür heute? Okay. Tägliche Quests. Alles klar. Dann schauen wir hier mal rein bei dem Beschleunigen. So. Jetzt abholen. 34. Komm, das machen wir jetzt mal. Machen wir es mal zum Öffnen hier ziehen. Einfach mal gucken wir mal da rein. Ich bin mega gespannt. 10 seltene Splitter. 50 Realme Stones. 40 Münzen. Was ist das? Ein Batswarm. Ah, ein Frostheart Phoenix. Den habe ich ja. Sehr nice. Sehr, sehr cool. Den kann ich dann auch. Einen edlen Kometen. Nicht jetzt. So. Und da. Ah, siehst du da jetzt? Kühner Komet. Jetzt abholen. Nein. Lassen wir jetzt mal. Äh, zurück. Ah, ja. Ah, hier kann ich noch eine Karte jetzt upgraden. Das ist da oben dann der hier. Der Frost Phoenix. Frost Heart Phoenix. Sorry. Und das Ding ist, also Leute ehrlich, das Spiel ist mega sensationell. Hammergeil. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch mal ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Ja. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. 26 Punkte für Reich 2. Geil. Bin ich auch schon fast dann. Und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Warhammer. AOS Real War. Hammergeiles Spiel. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.